Stellen Sie sich vor, Ihr Leben auf dieser Erde beträgt einen halben Meter, 50 Zentimeter. Stellen Sie sich das vor. Wie fühlt sich das an? Ist das alles oder gibt es noch mehr? Das ist die Frage, die Frage aller Fragen. Wie lange dauert mein Leben? Heute glauben mehr Menschen als je zuvor, dass das Leben so kurz ist. Das hier ist meine Lebensspanne. Wie beeinflusst die Sicht, dass mein Leben gerade mal 50 bedeutungslose Zentimeter misst, mein Verhalten? Sie macht mich selbstsüchtiger, hedonistischer. Sie zwingt mich, jeden Tag zu meinem Vergnügen zu leben. Das heißt, ich muss einfach manchmal selbstsüchtig sein. Wenn Sie das glauben, leben Sie von Furcht getrieben. Und jeden Tag denken Sie darüber nach, dass Ihnen vielleicht noch 10 oder 20 Zentimeter bleiben, wenn Sie Glück haben. Das ist kein Leben. Und so ist auch Ihre Existenz nicht. Der größte Traum des Teufels ist, dass Sie glauben, dass Ihr Leben nur so kurz ist, weil das Ihre Art, mit Ihren Nachbarn umzugehen, beeinflusst und sich darauf auswirkt, wie Sie Menschen lieben. Es verändert Ihre Sicht der Dinge. Und wir sind hier, um Ihnen zu sagen, dass Ihr Leben viel länger ist, als Sie meinen. Das Leben geht weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und wir wissen nie. Natürlich glauben wir als Christen daran, dass das Leben ewig weitergeht. Aber das Wichtige am Christentum ist, dass wir denken, dass die 50 Zentimeter unseres Lebens Bedeutung haben. Wir glauben, dass sie mehr bedeuten. Warum? Weil diese ganze Strecke auf dem Maßband davon bestimmt wird, wie Sie diese 50 Zentimeter verbringen. Wie Sie diese 50 Zentimeter gestalten, wird sich darauf auswirken, was im Rest Ihres Lebens passiert. Und wenn Sie glauben, diese 50 Zentimeter wären alles, dann machen Sie einige gewichtige und fundamentale Fehler im Leben. Ich lege das mal weg. Wir müssen nicht alles ausmessen, oder? Ich glaube zuallererst, dass das menschliche Verhalten stark davon abhängt, wie man die eigene Existenz und die Länge des Lebens betrachtet. Wenn Sie mit der Bedrohung leben, dass Ihr ganzes Leben nur aus diesen 50 Zentimetern besteht, werden Sie wahrscheinlich Ihren Nächsten nicht so liebevoll und respektvoll behandeln, wie er es verdient. Sie werden nicht Ihr Leben als Märtyrer oder aus Hingabe für jemand anderen lassen. Sie werden kein Held sein, wenn Sie meinen, dass alles, was Sie haben, diese 50 Zentimeter Vergnügen sind. Und so betrachten viele Menschen ihr Leben. Mir bleibt nur diese kurze Zeit, um das Leben zu genießen und Spaß zu haben. Und wenn es vorbei ist, gehe ich mit einem Knall ab und das war's. Was für eine traurige und schreckliche Art, sein Dasein zu sehen.